Welcome back, ihr Lieben! Herzlich Willkommen zurück nach zwei Wochen Pause hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, wieder am Start zu sein. Wir schauen uns heute Unternehmen an, die, wenn es eine Jahresendrallye geben sollte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es eine gibt. Rallye ist immer so ein großer Name. Was bedeutet das? Was für eine Rallye denn vielleicht? Sagen wir mal eine Erholung, eine leichte Erholung am Markt, wenn die kommen sollte. Ich kann mir vorstellen, dass sie kommt, weil wir schon sehr, sehr stark abgestraft wurden in den letzten Wochen auch. Und dadurch auch historisch gesehen ist die Chancen nicht schlecht stehen, eine leichte Erholung am Markt zu sehen. Die beiden Unternehmen, die ich dabei habe, zwei top europäische Player, bin ich mir ziemlich sicher, dass die auch daran profitieren oder davon profitieren werden, weil sie doch jetzt abgestraft wurden, aber unglaublich stabile, gute Unternehmen sind. Und ich mir absolut vorstellen kann, dass die da eben mitziehen werden und man eine schöne Rendite einstreichen könnte. Wie gesagt, wenn es kommt, wenn es wirklich so kommt mit der Erholung am Markt, keiner weiß es so genau. Genau, die schauen wir uns heute an. Auf die Vergangenheit, die Performance in den letzten zehn Jahren, mal zu sehen, oh wow, die liefen ja auch richtig, richtig stark. Dann die Dividende, Dividendenhöhe, Dividendensteigerung. Wir schauen uns den fairen Wert der Aktien an und auch die Chart-Situation, warum ich eben sage, dass die Situation, die Ausgangssituation gar nicht so schlecht ist. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert mal, wer kennt die Unternehmen? Wahrscheinlich kennt ihr sie. Wer hat sie im Depot? Wer würde sich überlegen, sie auch vielleicht zu kaufen? Und abonniert den Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Jetzt muss ich noch eine Sache sagen, 2000 Abonnenten haben wir geschafft. Vielen, vielen Dank für 2000 YouTube-Abonnenten hier auf dem Kanal. Einfach Aktien, mega, mega schön. Wir haben also das Ziel fürs Jahr 2023 haben wir jetzt schon, Anfang Oktober, haben wir jetzt schon erreicht. Das ist wirklich wahnsinnig. Ich freue mich wirklich total, dass es so gut läuft, dass die Kommentare nett sind, dass das Wachstum einfach gut ist und ihr habt ja auch vielleicht den Newsletter gelesen. Wir haben auch Rekord-YouTube-Einnahmen auch generiert auf dem Kanal. Vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich auf alles, was mit euch kommt. Die YouTube-Welt steht uns quasi noch offen. Und jetzt gehen wir aber sofort rein in die beiden Unternehmen, die ich mir rausgesucht habe, für eine eventuelle Jahres-End-Relay. Starten wir. Gehen wir also rein. Das erste Unternehmen ist, ja, vielleicht hat man sich schon gedacht, das ist LVMH. Ganz ehrlich, der größte Luxuskonzern dieser Welt. Mit über 70, ich glaube 75 oder vielleicht schon mehr mittlerweile Marken, Luxusmarken im Portfolio. Ist der Wahnsinn, was die alles in ihrem Sortiment mittlerweile haben. Wir können mal hier drauf schauen auf die Homepage. Da sieht man das ganz schön und zwar bei Houses, glaube ich. Es geht um Wein und Spirituosen natürlich. Es geht um Fashion und Leather, Guts, also die Lederbahnen, das ist so der größte Bereich bei LVMH. Perfumes und Cosmetics, Watches und Jewelry, also Schmuck. Watches, genau, haben wir gehabt. Selective Retailing and Other Activities. Activities, genau. Also ein unglaublich breit aufgestelltes Unternehmen mit ganz, ganz vielen Marken. Wir können das nochmal anschauen, hier zumindest im Fashion- und Leather-Guts-Bereich. Das ist der größte Bereich bei LVMH. Was die alles an Marken auch aufgebaut haben hier oder mit eingekauft haben die letzten Jahre, auch in Jahrzehnte. Wir haben Löwe, wir haben Belluti, wir haben Louis Vuitton natürlich. Die größte, größte, größte Marke und wichtigste Marke in diesem Konglomerat ist Louis Vuitton. Mit allem, was dazu gehört auch. Die Louis Vuitton-Handtaschen, die ja wirklich auch ein Luxusobjekt sind und auch ein Statussymbol für viele. Ganz, ganz klar. Remover, die Koffermarke, haben sie ja auch eingekauft vor ein paar Jahren. Dann haben wir Fendi, auch ganz, ganz groß, habe ich jetzt hier am Flughafen erst gesehen. Christian Dior natürlich. Was haben wir noch? Kenzo und Marc Jacobs. Genau, und dann geht es natürlich zu den Wein und Spirituosen. Moet Hennessy und so weiter. Parfums. Du kannst im Endeffekt, bei dieser Firma kriegst du alles. Wenn du irgendwas im Luxusbereich willst, hast du meistens immer irgendwas von LVMH mit am Start. Das zeigt nochmal ganz schön, wie groß und wie etabliert dieses Unternehmen auch ist. Wir schauen uns gleich die Marktkapitalisierung gleich nochmal an, wie groß sie jetzt wirklich sind. Also Wahnsinn. Also wer auf Luxus setzen möchte und da auf einen sehr, sehr gesetzten und breit aufgestellten Player setzen möchte, der ist bei LVMH immer, immer richtig. Ganz ehrlich, wie breit ist das Unternehmen aufgestellt? Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Und sie kaufen natürlich immer wieder neue Unternehmen mit dazu und erweitern ihr Sortiment und kaufen sich natürlich auch Wachstum mit ein. Umsatzwachstum auch. Vielleicht auch Gewinnwachstum und so weiter. Also das ist einfach dieses, ja dadurch wachsen sie eben auch stark LVMH. Aber muss man natürlich auch dazu sagen jetzt, der ganze Luxusbereich ist jetzt zumindest ziemlich zurückgekommen, weil man jetzt so ein bisschen die Sorge davor hat, dass die Leute nicht mehr ganz so viel Geld ausgeben im Luxusbereich. Aber ich meine, wir merken das ja auch bei anderen Dingen, auch eine Pepsi und eine Coca-Cola haben jetzt ein bisschen zu knabbern. Dann, diese ganze Inflationsgeschichte, die Leute geben weniger Geld für Dinge wieder aus, die ihnen vielleicht nicht super, super wichtig sind, die sie eben nur kaufen würden, wenn eben viel Geld da ist. Und auch der Luxusbereich, man sagt ja immer, krisenresistent und so weiter. Naja, nicht ganz, nicht ganz, muss man jetzt auch sagen. Es gibt auch viele, die jetzt schon sagen, oh mein Gott, der Luxusbereich ist jetzt an einem Zyklusbereich wieder angekommen, an einem Punkt, wo der Zyklus vielleicht sich mal wieder dem Ende neigt oder so. Die letzten zehn Jahre waren überragend. Und, naja, wir werden einfach mal weiterschauen, wie sich das entwickelt. Ich glaube nach wie vor, dass der Luxusbereich natürlich unglaublich stark ist, mit super starken Cashflows, tollen Marken, kann man nicht vorstellen, dass das sofort alles einbricht, aber aktuell zumindest eine kleine Korrektur an diesem Markt. Wir schauen uns jetzt mal an und das wollen wir natürlich wissen, was LVMH die letzten zehn Jahre an der Börse auch geschafft hat, was für eine Performance diese Firma hinbekommen hat. Und das ist wirklich auch sehr, sehr beeindruckend. Über 400 Prozent über die letzten zehn Jahre bei LVMH in der Performance, nur in der Kurs-Performance. Wirklich wahnsinnig beeindruckend. Wir hatten ja in einem der letzten Videos den S&P 500 im Vergleich zu Dauerläuferaktien. Der war bei unter 200 Prozent, bei 100 irgendwas Prozent, 180 oder so oder noch weniger, 150 vielleicht sogar in den letzten zehn Jahren. Das ist wirklich unglaublich, wie jetzt LVMH zum Beispiel den S&P 500, aber auch den europäischen Markt natürlich oder den MSCI World outperformed hat. Also wirklich, wirklich beeindruckend. Sehr, sehr schöne, relativ gerade Schnur nach oben. Klar, es gibt immer mal wieder Aussetzer oder Ausschläge nach oben, nach unten. Ist ein zyklisches Geschäftsmodell, muss man immer auch noch dazu sagen. LVMH, zyklik, auch mit dabei, merken wir aktuell natürlich, aber in dem Bereich natürlich ein super solides Unternehmen. Das war die Kurs-Performance. Wir schauen uns auf die Dividende von LVMH. Da gehen wir zum Aktienfinder, der das immer sehr, sehr schön aufarbeitet. Und wir gehen mal drauf, was ist denn bei LVMH so geboten? Ein Unternehmen natürlich aus Frankreich. Der größte Konzern aus Frankreich, eines der größten europäischen Unternehmen überhaupt. Abgelöst wurden sie jetzt von Novo Nordisk. Novo Nordisk ist, glaube ich, aktuell die größte europäische Firma. Mitarbeiter 200.000, fast über die Welt verteilt natürlich. Börsenwert ist bei 365 Milliarden Euro. Aktienkurs bei 729. Also schon auch ganz gut runtergekommen in letzter Zeit. Dividendenrendite ist bei 1,64%. Das ist jetzt nicht überragend hoch, das ist jetzt echt nicht überragend, aber wir haben ein sehr, sehr schönes Dividendenwachstum, was wir hier gleich sehen. Das ist selbst für Dividendenhamster unter euch sozusagen, also die auf Dividenden setzen, trotzdem verlockend, weil man hier ein wunderschönes Dividendenwachstum auch generieren kann. Nicht besonders hoch die Dividendenrendite, aber das Wachstum. Steigert seit 13 Jahren die Dividende, keine Senkung seit 28. Payout auf den Gewinn bei 37%, Payout auf den Free Cashflow bei 53. Also das ist absolut im gesunden Rahmen. LVMH hat super viele Reserven sozusagen auch noch, um die Dividende zu erhöhen oder auch um andere, um noch ins Business zu investieren. Der Payout ist einfach nicht zu hoch, das ist wirklich, wirklich toll. Bei 53% der Free Cashflow Payout. Steigerung der letzten 5 Jahre 19%, 10 Jahre 15% und die Steigerung erwartet es bei 16%. LVMH bringt am Dienstag, jetzt am Dienstag, am 10. Oktober Quartalszahlen und das wird nochmal sehr, sehr spannend, wie die sich jetzt schlagen werden. Also ist jetzt wirklich diese Krise so krass angekommen bei den Luxuskonzernen. Bei LVMH, das ist mal ein schöner Gradmesser, da kann man so ein bisschen sich orientieren, wie die Branche aktuell aufgestellt ist. Also das nochmal so ein bisschen verfolgen, Dienstag Zahlen von LVMH. Aber ein sehr, sehr starkes Dividendenwachstum, muss man wirklich dazu sagen, 16% auch erwartet jetzt wieder. Wahnsinn. Dafür, dass die Rendite nicht so hoch ist, ist die Steigerung wirklich toll. Also ein Dividendenwachstumsmonster, muss man wirklich, wirklich sagen. Wir gehen weiter auf den fairen Wert von LVMH. Wir schauen mal drauf, was die Bewertung sagt und auch das Wachstum, schauen wir uns nochmal ganz kurz an, wie das Wachstum der nächsten Jahre auch prognostiziert ist. Genau, wir gehen mal drauf. Das Umsatzwachstum ist fürs Jahr 2023, rechnen Sie mit 14%. 14,38% ist gar nicht so schlecht für die aktuelle Zeit. Ich hoffe, Sie schaffen das auch. Ja, mal schauen, ob das wirklich machbar ist. 14% fürs Gesamtjahr 2023. Die nächsten Jahre ist 8%, 7%, 5%. Es geht ein bisschen zurück, es bleibt aber trotzdem noch in einem guten Rahmen sozusagen. Ist klar, dass der Bereich ein bisschen abkühlt. Das ist auch ganz, ganz klar. Die Prognosen gehen so ein bisschen zurück, aber trotzdem noch ein gutes, gutes Wachstum. Starke Bruttomargen, aber auch die gehen natürlich ein bisschen zurück. Wir sind aktuell bei einer Bruttomarge von 60% ungefähr. Sie werden die nächste Zeit auch ein bisschen zurückgehen. Das ist auch ganz klar. Man merkt schon, die Abkühlung im Markt, die merkt man wirklich. Das Gewinnwachstum ist auch immer noch da. Ja, das ist okay. Die EBIT-Marge, die operative Marge bei 27%, die hält sich ganz gut. Die soll sich gut halten bei 27, 28, 29%, was also operativ vom Geschäft hängen bleibt. Also, wir sehen aber auch an der Treppe hier das Umsatzwachstum. Es geht natürlich weiterhin nach oben. Das ist ganz, ganz klar. So eine Firma wird nicht einfach ihren Umsatz, der bricht nicht ein. Auch in so einer Krise nicht. Das ist ganz, ganz klar. Es geht immer noch weiter nach oben. Umsatzwachstum 2020 hatten wir mal den Einbruch natürlich in dem ganzen Sektor. Das ist ganz klar wegen Corona natürlich auch. Aber weiter geht es bei LVMH. Finde ich völlig logisch auch. Wir gehen auf die Bewertung. Was sagt denn der Fair Value, der faire Wert bei LVMH? Und hier haben wir jetzt schon mal einen Wert, wo wir sagen können, ja, LVMH war jetzt natürlich Mitte letzten Jahres, ging es mal so richtig runter. Da war so der Tiefpunkt angekommen, so bei diesen ganzen Luxuskonzernen oder auch in anderen Sektoren. Aber jetzt kann man immer noch sagen, LVMH mindestens mal 10% unterbewertet vom Fair Value, also der Durchschnitt der Kursgewinnverhältnisse der letzten Jahre, sozusagen drei Jahre, fünf Jahre, sieht man, dass LVMH trotzdem auch in einer relativ attraktiven Unterbewertung aktuell ist. Wenn man sich so das KGV der letzten Jahre anschaut, haben wir hier doch nochmal eine schöne Anzeige normalerweise. Ja, genau hier sieht man das nochmal. Im Schnitt der letzten fünf Jahre sehen wir hier auch, wenn wir die KGV-Linie einblenden, die gestrichelte Linie, wenn man das sieht, ist so das durchschnittliche KGV bei 25 ungefähr. Und wir sind jetzt auf jeden Fall ein Stückchen drunter. Das heißt schon mal, es würde auch darauf hindeuten, dass wir bei LVMH eine Unterbewertung haben. Zeigt der Fair Value aber eben auch. Das ist schon mal ganz spannend. Da kann man schon mal sagen, ja, LVMH so fundamental bewertet, tiefer als normalerweise, tiefer als normalerweise. Das würde schon mal ein schönes Indiz dafür sein, dass man vielleicht sich die Firma nochmal genauer anschauen kann. Jetzt gehen wir am Ende nochmal auf den Chartbereich bei LVMH. Warum auch da das gar nicht so schlecht ausschaut? Weil die sich jetzt in letzter Zeit auch wieder ganz gut gefangen haben. Wir hatten jetzt einen starken Abverkauf. Wir öffnen hier mal den Charter. Sieht man es vielleicht nochmal ein bisschen besser, ein bisschen größer, wenn es jetzt nicht zu lange dauert. Ne, da kommt es schon. Sehr schön. Also, wir schauen jetzt mal hier drauf. Wir hatten jetzt einen starken Abverkauf hier. Vom High hier oben, genau, vom Oldtime High hier oben, das ist bei fast 900 Euro, waren wir schon bei 900 Euro. Jetzt sind wir angekommen bei 700 Euro. Also hatten schon mal einen ziemlichen Rückgang jetzt auch. Also eine ziemliche Korrektur. Trifft wieder sehr, sehr schön auf diese langfristige, die wir seit 2020, die langfristige, den Aufwärtstrend, den wir seit Corona im Endeffekt haben, trifft LVMH jetzt auch wieder auf. Hier oben seht ihr das, die türkise Linie. Da sind sie jetzt schön aufgekommen und fangen sich aktuell da ganz gut. Da gab es jetzt eine schöne Gegenbewegung. Das ist schon mal ein ganz schönes Zeichen. Hier bei so 700 Euro kamen wieder genug Käufer in den Markt, die wieder mehr ausgeben wollen für diese Aktie. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Zeichen. Das heißt aber nicht, dass dieser Abwärtstrend, den wir jetzt haben, schon überwunden ist oder so. Da muss sich die Aktie jetzt noch ein bisschen fangen. Aber grundsätzlich finde ich, ja, da haben wir jetzt schon mal ein schönes Signal vielleicht, dass wir sagen können, okay, kann man zumindest mal jetzt mal anschauen, ganz genau anschauen LVMH, weil sie eben schön auf diese Unterstützungslinie, erst mal auf die Unterstützung aufkommen, aber auch auf diesen Aufwärtstrend, den sie da schön nach oben reiten. Es kann aber noch sein, wenn die Aktie da jetzt durchbrechen sollte nach unten, dass es dann wirklich noch mal runter geht zu Kursen wie, ja, 630 oder so. 630, vielleicht 675, aber 630, das wäre schon wirklich krass, wenn es so tief noch mal runter geht. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das wirklich kommt, aber grundsätzlich finde ich, ja, kann man sich LVMH auf diesem Niveau aktuell schon mal anschauen, für so ein Gesetzesunternehmen. Jetzt habe ich aber lang über LVMH gesprochen. Wer noch dabei ist, vielen, vielen Dank. Jetzt gehen wir aber zum zweiten europäischen Top-Unternehmen. Wir sind angekommen bei ASML, einem von mir sehr geschätzten Unternehmen, das finde ich immer noch ein bisschen unter dem Radar von vielen ist so, dass ASML im Endeffekt wirklich das Zentrum der ganzen Halbleiterindustrie ist, also diese großen Maschinen herstellen, um eben, das sehen wir hier unten jetzt vielleicht auch gleich, ich habe hier mal so ein Foto gerade gefunden, von diesen EUV-Lithographie-Systemen, die diese großen Maschinen quasi sind, um die Halbleiter zu produzieren, die wir in unseren Handys, in unseren Computern überall haben, das sind diese großen Maschinen, die die Grundlage bilden für diese ganze Technologiebranche im Endeffekt. Und ASML ist ein unglaublich großer Player. Ich glaube, ich kenne kein Unternehmen, was so eine starke Marktposition hat. Also wenn ich darüber nachdenke, so einen großen Marktanteil, so einen großen Burggraben, es gibt selten so Unternehmen, die das sich wirklich über die letzten Jahre und Jahrzehnte aufgebaut haben. LVMH ist ein unglaublich starker Player in dem Markt und finde ich immer noch unterschätzt, immer noch unterschätzt. Ja, es ist auch ein zyklisches Unternehmen, genau wie bei LVMH im Endeffekt. Wir sind sehr abhängig von der Zyklik im Halbleiterbereich. Da ist die Nachfrage mal super hoch und dann geht sie auch irgendwann zurück. Und das sieht man im Kurs. Werden wir uns gleich anschauen auch. Aber es war auch eine wirkliche Erfolgsgeschichte, die Kursperformance in den letzten zehn Jahren. Auch schauen wir uns gleich nochmal an. Aber das sind diese großen Maschinen, die sie eben herstellen. Und sie sind in diesem Extreme Ultraviolet Bereich quasi der einzige große Player, die diese großen Maschinen in diesem Extreme, also EUV Lithographie Bereich herstellen und einen unglaublichen Marktanteil haben und die diese ganzen Chips in so einem Nanometerbereich machen, die so unglaublich klein sind. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Das schaffen sie mit diesen Maschinen, die sie hier am Start haben. Ja, und die großen Halbleiterproduzenten dieser Welt oder die Designers, eine Nvidia, AMD, eine Qualcomm und so weiter, da sind alle, alle Kunden, auch eine Intel, eine Samsung, sind alle Kunden bei ASML. Jedes Unternehmen im Halbleiterbereich ist indirekt oder direkt Kunde bei ASML, einer niederländischen Firma, eines der Top-Tech-Unternehmen, die wir in Europa haben, wo uns selbst die Amerikaner dafür beneiden. Das finde ich wirklich, wirklich beeindruckend. Wir gehen jetzt mal drauf und schauen uns an. Ich wollte noch was zeigen. Und zwar, diese Maschinen werden hier, das kann man hier schön, habe ich bei golem.de, ein Bild rausgesucht, wenn man es erkennen kann. Diese Maschinen, die müssen mit Flugzeugen transportiert werden, wirklich mit Flugzeugen in die Weltgeschichte quasi herum transportiert, weil sie so groß sind, weil es eigentlich gar nicht anders geht. Das ist der Wahnsinn. Die werden wirklich mit Flugzeugen transportiert. Das sieht man hier nochmal ganz schön auf dem Foto. Wollte ich extra nochmal zeigen. Wir schauen uns die Kursperformance von ASML in den letzten zehn Jahren raus. Das ist auch wirklich beeindruckend. 667 Prozent innerhalb der letzten zehn Jahren. Also noch stärker gelaufen als eine LVMH zum Beispiel. Und wir sehen auch hier, also bis zu diesem Hoch hier, wo war das denn, im Oktober 2021. Und dann ging es natürlich erstmal zurück. Auch getrieben natürlich durch die Lieferengpässe und so weiter, die natürlich ASML dann auch treffen. Und die höheren Preise, jetzt Zinsen. Wobei Zinsen jetzt, weiß ich jetzt gar nicht. Die haben, glaube ich, auch keine Netto-Schulden. Also wirklich auch finanziell sehr stark aufgestelltes Unternehmen. Aber natürlich eine Zyklik, merkt man in diesem Markt. Das ist ganz, ganz klar. Aber trotzdem eine unglaublich beeindruckende Performance die letzten zehn Jahre. 600 Prozent. Wir gehen auf die Dividende, weil auch die ist spannend. Auch ein Dividendenwachstumsmonster. Genau wie LVMH auch. Wir haben das Land Niederlande. Der Tech-Bereich, Halbleiterzubehör. Börsenwert ist bei 221 Milliarden. Auch ein riesengroßes Unternehmen. Für ein europäisches Unternehmen sehr, sehr groß. Aktienkurs bei 561 Euro. Die Dividendenrendite bei 1,05 Prozent. Auch nicht super, super hoch. Aber ihr seht auch gleich das Wachstum. Das ist auch unglaublich beeindruckend. Das bin ich selber nochmal überrascht. Steigert seit zwölf Jahren die Dividende. Seit 13 Jahren nicht gesenkt. Das Payout. Payout auf den Free Cashflow. 40 Prozent. Auf dem Gewinn bei 31. Also da ist ein noch schönerer Spielraum, als es bei LVMH. Im Cashflow sozusagen noch, um die Dividende zu steigern, um zu investieren und so weiter. Die Steigerung der letzten 5 Jahre ist bei sagenhaften, also sensationellen, unglaublichen 37 Prozent. Dann haben wir 28 Prozent der letzten 10 Jahre. Wir sehen sogar eine Dynamik, die nach oben geht in den letzten Jahren. 37 Prozent in den letzten 5 Jahren. Ja, die Steigerung erwartet ist jetzt natürlich nicht so hoch, weil, ja, ob das jetzt so kommt, weiß man natürlich auch nicht. Aber die aktuelle Zeit ist natürlich jetzt nochmal ein bisschen schwieriger. Deswegen ist wahrscheinlich die Steigerung, die Prognose so ein bisschen verhaltener. Aber das ist schon Wahnsinn, was die die letzten Jahre an Steigerungen, an Dividenden hatten. Ja, da machen diese 1 Prozent, die du an Dividendenrendite hast, ist schon gar nicht so schlimm, weil du dich einfach so stark steigerst über die Jahre hinweg. Toll. Dividendenwachstumsmaschine einfach. Gehen wir weiter und schauen uns auf den fairen Wert von ASML. Wir schauen erstmal auf das Wachstum. Was ist denn die nächsten Jahre auch prognostiziert? Es geht natürlich weiterhin nach oben. Das ist auch ganz, ganz klar. Wir schauen mal auf das Umsatzwachstum in diesem Jahr. Die wollen es schaffen, 30 Prozent zu wachsen in diesem Jahr. Und daran halten sie aktuell auch fest, habe ich jetzt nochmal gelesen. Das ist Wahnsinn. 31 Prozent für das Jahr 2023. Bin sehr gespannt. 7 Prozent, es geht weiter mit 7, mit 16 Prozent, 15 Prozent, 8. Es bleibt immer noch hoch. Es soll hoch bleiben, auch die nächsten Jahre. Es gibt natürlich eine Schwankung. Das ist, wie gesagt, das ist die Zyklic in dieser Branche. Aber es bleibt nach wie vor sehr, sehr schön, sehr, sehr angenehm hoch. Die Bruttomarge ist bei, ja, wir hatten jetzt höhere bei 50 Prozent teilweise letztes Jahr. 37, 35, 30. Auch die geht natürlich ein bisschen zurück. Auch durch die gestiegenen Kosten auch, die Herstellungskosten. Auch ganz klar, die EBIT-Marge ist bei 8 Prozent, 10 Prozent, 13 Prozent. Die steigt sogar die nächsten Jahre. Gewinnwachstum auch sehr, sehr stark. Zweistellig bleibt es auch weiterhin. Also wirklich beeindruckend. Also das Wachstum ist nach wie vor intakt. Das muss man wirklich sagen bei ASML. Die Auftragsbücher sind voll. Beeindruckend. Einfach nur beeindruckend. Wir gehen auf die Bewertung. Ja, wie schaut es denn aktuell aus? Und auch da, bei ASML, wäre man jetzt Mitte letzten Jahres oder auch Ende letzten Jahres natürlich noch viel cleverer eingestiegen. Wer hätte das wissen können? Ganz, ganz klar. Also herzlichen Glückwunsch an alle, die von euch damals eingestiegen sind. Aber auch jetzt, muss ich sagen, sind wir auch wie bei LVMH ähnlich. Bei ASML jetzt. Lustig, dass wir hier so vier Buchstaben in beiden Unternehmen haben. So LVMH, ASML. Mindestens 10 Prozent, also eher 15, fast 20 Prozent in der Unterbewertung vom KGV. Wenn man auf den Gewinn schaut vom Fair-Value-Tool bei Euler Pool. Wir gehen auf den Umsatz. Da schaut es dann noch deutlicher aus, wenn man auf den Umsatz-Fair-Value schaut. Also beeindruckend könnte man sich durchaus mal auf die Watchlist aktuell setzen. ASML. Und wir gehen jetzt zum Abschluss auch nochmal auf die Chart-Situation. Warum ich auch sage, dass die jetzt aktuell auch nicht ganz so schlecht ist. Natürlich sehen wir hier immer noch den Abwärtsverlauf insgesamt seit dem Hoch, ja, seit dem Hoch quasi letztes, wann war es jetzt nochmal genau, im Endeffekt Mitte, nee, das Hoch war jetzt sogar, wir gehen nochmal auf das absolute Hoch, war auch Mitte 2022. Dann konnte sich ASML in diesem Jahr eigentlich auch wieder erholen, wenn ihr seht. Bis zum Mai, bis zum Juni und dann ging es wieder nach unten. Aber wir sind jetzt hier wieder aufgekommen. Zumindest eine Unterstützungszone bildet sich jetzt hier aktuell bei ASML. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch weiter runter geht. Also nicht sagen, Konsti, du hast doch gesagt, das ist jetzt hier ein absoluter No-Brainer oder so. Das habe ich nicht gesagt. Ich sage aber, dass sich jetzt aktuell der Kurs stabilisiert und man mal abwarten kann, was jetzt hier passiert. Ob sich das jetzt weiterhin auch wirklich schön stabilisiert. Und wenn jetzt die Jahresendrallye kommt, dass man vielleicht auch mal überlegen kann, vielleicht einen Fuß in die Tür zu setzen, vielleicht in zwei Tranchen, in drei Tranchen, aufzuteilen seinen Kauf oder mit Sparplänen zu arbeiten und so weiter. Aber ich finde es aktuell wirklich verlockend aus mehrerlei Hinsicht. Also erstmal, wenn man auf die Performance der Vergangenheit schaut, bei beiden Unternehmen. Wir haben eine schöne Dividendensteigerung auch. Wir haben eine Unterbewertung im Fair Value, also im fairen Wert beider Unternehmen, bei LVMH und bei ASML und auch die Chart-Situation. Es sind beide so gut zurückgekommen jetzt, dass ich finde, ja, könnte man sich mal überlegen für einen Einstieg, aber natürlich immer alles. Keine Anlageberatung hier. Ich bin kein Finanzexperte und so weiter. Das ist alles immer nur meine Meinung, meine Theorien hier und was ich mir so denke. Aber zwei sehr, sehr spannende, sehr, sehr stark etablierte und unglaublich solide aufgestellte Unternehmen. Seit Jahrzehnten beweisen die schon, dass sie gut im Markt klarkommen und sich auch zur Marktführerschaft oder zu einem Mitmarktführer in ihrem Bereich hochgearbeitet haben. Bei LVMH, klar, der größte Luxus-Konsum-Player auf der Welt und bei ASML eine unglaublich unterschätzte Firma, die aber, wo ich sage, hey, es gibt kaum eine Firma, die so eine starke Marktposition hat wie ASML. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Wir konnten ein bisschen so einen Einblick bekommen auf die beiden Unternehmen nochmal direkt draufschauen, wie sie aktuell bewertet sind, wie sie in der Vergangenheit so waren, in der Performance auch und auch die Chart-Situation angeschaut. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen weitergeholfen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert mal, habt ihr die Unternehmen im Depot? Würdet ihr sagen, ja, das ist aktuell eine spannende Situation zum Einsteigen? Und was würdet ihr sagen, welche Aktien sind auch aktuell für eine Jahresendrallye noch geeignet? Welche Aktien könnte man sich nochmal genauer anschauen? Ja, und abonniert natürlich den Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Über 2000 Abonnenten hier. Ich freue mich wirklich sehr. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Ich bin der Konsti. Der Kanal heißt Einfache Aktien. Macht's gut und ciao, ciao.